So, nächster Teil der kleinen Serie, Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte, ein Spontan-Video. Wir sind nämlich jetzt in Bettenfeld und zufällig gibt der Musikverein Bettenfeld eine öffentliche Probe zum Besten. Da sind wir gerade reingeraten, aber das ist schön. Zur Karnevalszeit stehen wir immer hier bei dem großen Karnevalszug in Bettenfeld, aber einige Impressionen will ich niemandem vorenthalten. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018